und hallo und herzlich willkommen zum nächsten upload plan stand vierter zeiter 2014 und der sieht wie folgt aus ab morgen trete er in kraft also eigentlich dem fünften denn ab morgen geht es mit mass effect 3 los wie man sehr schön sehen sollte und natürlich seit heute also wirklich heute ist auch supreme commander forged alliance auf dem programm nach wie vor rage ist ja noch nicht durch rage läuft weiterhin wie gewohnt um 11 uhr jeden tag mass effect genauso gleich der zeitplan wie bei mass effect 2 alles was sich ändert ist die drei ist die zahl hinten so was gemeint und bei subcommander ist es eben ebenfalls genau das gleiche nur dass es eben forged alliance ist und nicht das normale subcommander rage brauche ich nichts dazu sagen soweit die änderungen das war ein sehr mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen das ist der neue upload plan danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video